hallo und willkommen zu meinem neuen video heute möchte ich mit euch einen motor anschließen und zwar auf 400 volt basis in diesem video geht es nur um den reinen anschluss des motors dass man natürlich auch für so einen motor eventuell einen motor schützschalter benötigt um den motor auch vor überlast zu schützen möchte ich jetzt hier nur mal am rand erwähnen dieses könnte man in einem anderen video noch einmal abhandeln schauen wir aber zu beginn einfach mal in unseren motor hier sehen wir unsere klemmflächen und ich habe auch schon meinen anschluss hier hinein gelegt um einigen fragen vorzubeugen man kann natürlich auch einen motor auf 230 volt basis anschließen hierfür benötigt man allerdings einen anlauf kondensator dieses ist mitunter nicht so einfach zu realisieren denn der kondensator muss zum motor passen wie man das genau ermittelt und welchen kondensator man dann benötigt und wie man sowas anschließt kann ich in einem anderen video noch mal abhandeln hier in dem video geht es um einen reinen 400 volt motoranschluss bevor wir mit dem anschluss nun beginnen schauen wir einfach mal in unsere motorabdeckung hinein hier hat uns der motorhersteller schon eine schöne hilfestellung gegeben hier gibt es nämlich zwei anschlussmöglichkeiten einmal haben wir die anschlussmöglichkeit stern und zum anderen haben wir die anschlussmöglichkeit dreieck dieses sind die beiden anschlussmöglichkeiten die uns zur verfügung stehen und diese sind auch sehr einfach zu realisieren wir schauen noch mal in meinen motor und wir sehen dass mein motor schon für den anschluss stern vorkonfiguriert ist wir haben aus unseren motor kommend unsere anschluss adern diese sind schon gekennzeichnet und zwar mit w2 u2 v2 und gegenüberliegend u1 v1 und w1 mit hilfe dieser bezeichnung können wir nun unseren motor anschließen wir schauen noch mal kurz auf unser schaltbild und wir sehen dass wenn wir jetzt zum beispiel in stern anklemmen dass w2 u2 und v2 mit einer brücke gebrückt werden und unsere anschluss adern auf u1 v1 und w1 aufgebracht werden dieses können wir hier eigentlich auch ganz schnell realisieren wir haben hier unsere anschluss punkte diese sind auch gekennzeichnet und wichtig wenn wir einen motor anschließen benötigen wir in der regel auch keinen neutraleiter was also bedeutet wir haben hier l1 l2 l3 als unsere außenleiter kommend und ganz wichtig unser motor hat ja eine metallische oberfläche erdet euren motor also benötigen wir auch unseren schutzleiter pe beginnen wir mit unserem schutzleiter diesen bringen wir einfach auf unserem motor an ich habe hier glück ich habe hier eine klemmstelle vorgegeben von hersteller dies kann ich einfach öffnen und hier mein schutzleiter anbringen habe ich nun meinen schutzleiter angebracht kommen wir zu meinen außenleitern in meinem fall ist natürlich hier alles stromlos darauf möchte ich auch noch mal hinweisen wenn an elektrischen anlagen gearbeitet wird bitte die fünf sicherheitsregeln der elektrik beachten und wir arbeiten hier natürlich im komplett stromlosen zustand in meinem fall hat der motor einen stecker dieser ist gar nicht eingesteckt so nun haben wir ein problem ich möchte gerne mal ermitteln was hier l1 l2 und l3 ist dieses kann man nicht immer mit hundertprozentiger sicherheit sagen um sowas zu ermitteln gibt es schöne geräte zum beispiel benutze ich gern dieses messinstrument das ist sehr günstig zu erwerben und hiermit können wir ganz schnell die belegung unserer adern feststellen leider ist es hierbei nötig unsere adern unter strom zu setzen also vorsicht hier besteht lebensgefahr wenn ihr jetzt die adern berührt könntet ihr einen tödlichen stromschlag erleiden so jetzt sehen wir hier unsere belegung wir sehen dass jede einzelne ader stromführend ist und wir können unsere belegung zuordnen indem wir einfach unser gerät umdrehen und hier hinten sehen wir die grundbelegung was also bedeutet l1 schwarz l2 rot und l3 blau haben wir dieses so angeschlossen müssen wir ein rechts drehfeld haben in unserem fall haben wir ein rechts drehfeld ich habe das hier noch mal markiert und somit habe ich schon meine belegung erfasst was also bedeutet l1 l2 l3 nachdem ich nun meinen stecker wieder gezogen habe meine anlage wieder stromlos ist kommen wir zum anschluss ich habe ja nun meine adern zugewiesen und verbindet dem entsprechend l1 mit u1 l2 mit v1 und l3 mit w1 das endanschluss bild sieht nun so aus und wir können einfach mal unseren motor testen so wir sehen dass unser motor ein drehfeld aufgebaut hat solltet ihr allerdings jetzt im nachhinein feststellen dass die drehrichtung des motors nicht so ist wie ihr sie benötigt könnt ihr natürlich das drehfeld auch ganz einfach wechseln hierfür schalten wir natürlich wieder alle stromlos ich ziehe also meinen stecker wir schauen hier einfach noch mal auf meine klemmleiste und tauschen einfach l1 mit l2 aus nun schalten wir wieder unsere motor ein indem wir ihn mit dem stromnetz verbinden und wir sehen unsere drehrichtung hat sich erfolgreich geändert kommen wir nur noch zur zweiten anschlussmöglichkeit und zwar das anschlussbild dreieck ich möchte den motor einfach mal daraufhin umbauen alles was wir hier für den umbau brauchen finden wir natürlich in unserem anschlusskästchen wir nehmen einfach diese beiden brücken die hier schon vorhanden sind in der regel liegt eine brücke doppelt somit habt ihr nun drei brücken genauso viele wie wir jetzt für unsere dreieckschaltung benötigen und legen dementsprechend unsere brücken zwischen v2 w1 u2 v1 und w2 u1 nun können wir unsere brücken wieder ordnungsgemäß verschrauben und bringen nun je auf eine seite unserer brücken einen unserer außenleiter an also l1 l2 l3 haben wir nun so unsere brücken wieder eingebracht können wir einfach unseren motor noch mal testen und wir sehen alles läuft reibungslos wollt ihr nun in diesem modell auch das drehfeld ändern weil euer motor eventuell falsch herumläuft könnt ihr hier natürlich auch einfach l1 mit l2 austauschen und wir ändern dadurch die drehrichtung unseres motors sondern bin ich auch schon wieder am ende meines videos angelangt hat euch mein video in irgendeiner form gefallen oder weiter geholfen würde ich euch um einen daumen hoch bitten wollt ihr noch mehr meiner video schauen so könnt ihr natürlich gerne meinen kanal besuchen oder natürlich auch diesen kanal hier abonnieren denn abonnieren auf youtube ist natürlich kostenlos wollt ihr keines meiner weiteren videos mehr verpassen so klickt doch einfach auf die glocke neben dem abo symbol so werdet ihr über weitere meiner videos auf dem laufenden gehalten ich sage damit tschüss bis zum nächsten mal euer mark auf youtube